Online Single Dating Party morgen. Online. Das heißt, alles passiert online. Aber trotzdem, das ist eine Single Party, wo Sie fast 80 Frauen an einem Tag, an einem Ort auf Ihrem Bildschirm kennenlernen können. Das machen wir in Zoom, diese kostenlose Webinar-Plattform. Wir treffen uns in Zoom und Frauen stellen sich vor, die Männer stellen sich vor. Es gibt zwei Wege oder zwei Varianten, wie Sie teilnehmen können. Einmal aktiv, das heißt, Sie machen Kamera und Mikrofon an und stellen sich vor, genauso wie die Frauen, die sich aktiv vorstellen. Oder es gibt Passivzuschauer. Sie sitzen dann in Zuschauerraum und schauen sich die Videovorstellungen an. Das heißt, wenn Sie schüchtern sind, wenn Sie sich nicht zutrauen, sofort mit der Kamera teilzunehmen, Sie können passiv zuschauen. Das dauert ungefähr eineinhalb, zwei Stunden, je nachdem, wie viele Menschen aktiv teilnehmen. Ich moderiere, das heißt, ich weiß Bescheid, was passiert. Ich nehme sie buchstäblich für die Hand an die Hand und führe dann Schritt für Schritt durch die Veranstaltung. Wenn Sie sich vorstellen auf Englisch oder auf Deutsch, ich werde das für die Damen ins Russisch übersetzen. Die Frauen stellen sich auf Deutsch oder auf Englisch vor. Falls Sie nervös sind, Sie können Ihren Text auch ganz gern aufschreiben und von Papier vorlesen. Also, 15. Juni, das ist morgen, Sie kommen zum Online-Event und treffen 80 Frauen an einem Tag, an einem Ort. Ich bin Xenia Droben, internationale Partnervermittlerin und ich hoffe, Sie melde sich sofort an und dann morgen kann ich Sie schon vermitteln. Bis dann!